I don't like this at all. Everybody stay alert, okay? Irgendwann Kommandant, ja? Oh fuck. Da ist er doch. Moment. Moment. Verdammt. Gib mir die Knarre. Ach, wir können hier mit dem Rohr vielleicht runter. Okay, das war jetzt wieder äußerst schlecht gemacht. Mann, das Schießen, das muss ich wirklich üben. Gut, dass das hier noch Übungsmissionen sind. Oh fuck. Machen wir einfach Hackengas. Wo ist eigentlich unsere Energieanzeige? Ist das einfach, dass wir dann tot umfallen irgendwie? Durch da. Oh shit. Fuck, jetzt sind wir nicht aufgeflogen. Oh. Nein, 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 nein. Was haben wir denn gespeichert? Wie gesagt, also Hitman ist halt irgendwie... Aber wir sind schon mal im Office des Kommandanten. Wir müssen das jetzt nur mal ein bisschen... Hätten das nur gescheit machen müssen. Ich hätte die Wache da sauber abholen müssen. Was ist denn da mit diesem Schachbrett? Oh shit. Der geht raus, ne? Mein Freund, aber du bist jetzt dran. Bewaffneter Aufstand Was können wir hier machen? Manipulieren Schachspiel Warte mal, wir können, nee, können wir nicht Nochmal, nochmal ein Rattengift auf der Toilette Ah, warte mal, hier können wir die Wache wegstecken Boah Mir fehlt Blut noch, ehrlich gesagt Das hätte man machen müssen Oder? Oh, ich nehme alles zurück Ich nehme es zurück Ja, das ist einfach realistisch Ohne das ist es halt einfach immer blöd Körper wurde gefunden Okay, wir haben nur Warte mal, vielleicht können wir als Flugzeug Mechaniker Pass auf, ich habe eine Idee Der Typ ist Kill Ah, wo ist unsere Verkleidung? Hier irgendwo Verkleiden Genau Jetzt nehme ich nämlich gleich die Waffe Legen die hier einfach ab Und schauen wir, ob wir mit dem Jet rauskommen Okay, der Feind sucht uns Ich finde es ziemlich cool, dass das alles so Wenn man aufsehen erregt, dass das dann alles unruhig wird Geil gemacht Was ist da? Radio? Warum ist das so bewacht? Sind unten noch die Jungs hier? Ja, die sind noch da Da müssen wir umlaufen Die umlaufen hier schon kurz mal Wir können ja einfach jetzt hier Oh, was haben wir denn da? Sicherheitsprotokoll Ah, okay, das ist als wenn wir arbeiten Können wir jetzt für einen Abhauen gehen mit? Okay, egal Wir düsen einfach ab Das Ziel ist erledigt Und der Hitman verschwindet War nicht gerade sonderlich einfallsreich Gebe ich zu Aber okay Das war immer schon so eine Sache Die sehr schwer ein Hitman war Die Mission sauber abzuklären Sag ich mal Vor allem mit die Unfälle Die Unfälle Oh je Wie der den Sack jetzt sieht Cool gemacht Echt cool gemacht Es gibt natürlich Abzugspunkte, glaube ich So war es zumindest früher mal gewesen Tja, der ist angefiecht Wir haben es trotzdem geschafft Okay, war jetzt auch nicht so schwer Okay, so was passiert jetzt? Ah, das ist wohl die ganze Vergangenheit dann ja? Bon Appetit Thank you Spe befindet sich So war es jetzt noch ein Hack � convincing You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art and it defines you. Boah, mit der Klavierseite, das muss so krass sein. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? Fast nicht first class. I have seen the consequences. I felt the cost. That's what defines me. Okay, das war jetzt also das Tutorial. Steam Shop haben wir hier. Showtopper. Das ist wohl die erste Mission. Schwer zu fassende Ziele. Vorgestellter Auftrag. Aufträge. Was haben wir denn hier? Auftrag erstellen. Tutorial, Zielorte. Können wir das schon spielen? The Cousin. The Cousin. The Cousin. Your destination is the Paris fashion show by Sanguine. One of Europe's leading Couture brands. Your targets are Sanguinona Victor Novikov. A former oligarch turned fashionable. And his partner Dalia Margolis. A retired supermodel. An iconic power couple on the global fashion scene. And two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago. An enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant. Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family. Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents. Which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client MI6 need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming the security. And Victor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dahlia Margolis. Beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Mission Status Active. Boah, I am so flasht. Das haben die hier mal hammer gemacht. Echt geil. Da kriegt man richtig Bock das zu spielen. So, darf ich jetzt nicht. Beliebige Waffe. Einsatz Ziel 1, 2. Bestenliste. Ah, hier gibt es noch Infos. Ah, und dann 3 können wir es dann spielen. Planung. Oh, ist das cool. Hier können wir uns praktisch ausrüsten. Classic Anzug, Smoking. Haupteingang. Hammer. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann starten wir hier den Einsatz. Das war der Prolog zu Hitman. Geiles Spiel. Ich bin geflasht. Vor allem auch die Intro-Sequenzen für die einzelnen Missionen sind mal ultra fresh. Da kriegt man so Bock drauf. Also, Hammer. Ich bin gespannt auf die nächsten 6 Episoden, die noch kommen. Und ja, mein Fazit bisher ziemlich cool. Ein bisschen schwer vom Handling her, was das Schießen angeht. Aber eigentlich soll man da eh nicht so viel schießen von dem her. Ich stelle mich besser an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Machs gut. canopy.